Norddeutscher Rundfunk 2021 Heute machen wir was Schönes. Was machen wir eigentlich? Jetzt mach mal Selfie. Ich wusste, dass es irgendwie nicht so ist. Meins. Putt. Putt, putt. Putt, putt. Was ist das für ein Pinnenband? Was? Jetzt muss ich lachen. Heute basteln eine Fotopäne. Jetzt muss ich erst mich mal konzentrieren. Ich kann ja sonst nicht basteln. Präsentieren, ja. Genau. Was immer schön vorne zeigen. Also gut. Sensationell. Genau. Perfekt. Sehr gut. Oh, 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 oh. Prima. Okay, Kamera drauf. Heute machen wir mal ein Experiment. Um mal zu schauen, was passiert. hier ist unsere Flasche Wasser. Halb voll. Was soll ich denn eigentlich sagen? Was ist denn das für ein Geschenk eigentlich? Natürlich. Das ist wirklich richtig, richtig, richtig. Aber Pusten tut es nicht viel. Also ich kann schon da drauf zielen. Ja. Fertig. Woh, oh, 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 oh. Woh, oh, 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 oh.